ein update schon wieder haben sie jetzt was schönes gemacht hot and cold was haben sie da wieder angestellt es gibt viel zu verdauen im heutigen update positionelle audio settings und gameplay austria ist wieder matchmaking kennels wurde rausgemacht ich erinnere mich an viele schöne zeiten auf kennels was haben sie denn da gemacht sie haben das geld angehoben damit die erste runde nicht so viel impact hat guck mal dass die schulter mal an kennels leck mich doch ich will doch den zap zieh runter biome spiele gucken wir uns mal die map an kann man da raus spricht nicht für die map es gibt hühner spricht für die map es gibt also türen schön schön aha es gibt hier einen zwischenraum was das kann man hier machen nichts autos man das stimmt okay und da geht es wieder raus ja gut ich habe alles gesehen bühne wie gesagt sehr sehr schön außenbereich sport aber was hat subzero zu bieten das ist ja komplett ist es oder komplett sexy kann ich mal loslaufen ach so auf der web kann man nicht laufen schade hier kann man laufen gut klar draußen im schnee da ist auch saukalt da will jemand laufen also da kann man ja oder wie geil ist das los das ist eben angegangen es hat immer auf ich war gerade ding nein es hat über sechs millionen kilometer drauf ja gut wahrscheinlich gebraucht das ist ja echt also zapper los also da muss ich schon direkt sagen die ist nicht schlecht auch guckte das mal oder ist es doch das zap zero oder ist es ich will sofort drauf ne man kann da echt drauf labern ich das nun hüttchen alle alle die da kann man doch bestimmt auch da oben drauf hüttchen ich komme doch da bestimmt mein name ist la croix philippe la croix ich bin ein französischer uhr labern mich nicht voll warte mal guck mal den an oder war komm mal da hoch und glaubt man kann sich da hoch boosten auf die stange und dann auf die und dann ist man auf der welt ich meine solche maps sind ja meistens nicht getestet ne an sich sind die ja kaputt ich dachte gibt es einen wenn schade warte mal ich will jetzt zu meinem u-boot was ist denn hier los geheimgänge leute ich muss jetzt echt zu meinem u-boot ich kann jetzt nicht mit euch spielen das andere aber auch nicht schlecht glaubt ihr man kann über die schnur gehen ich muss zu meinem anderen u-boot also wenn du dich hier versteckt ist wie so ein dreckarsch halt stopp alter subzero ist es oder ist es ist ob man da jetzt ins wasser fällt oder du erzählst doch gerade lügen geschichten das gibt es auch scheiße an manchen stellen ist das wasser sehr scharf so leute und jetzt wird geregelt ja jetzt wird richtig geregelt aber mal im ernst jetzt oh gott ich bin so fucking toy dude i'm so sheriff oh leute was macht ihr denn hier die gucken da rein mann tja max maximilian kennt ihr jemanden der maxim heißt maxim ist irgendwie ohne jetzt gemein zu sein ein stripper name oder also von einem mann ich meine nicht dass ich mich mit strippern auskennen also sheriff du bist wirklich mein ernstfeind könnte sein ich hassele euch hier mal geschwind den ersten platz hier logisch ich habe die mapper eben mit bots trainiert ja das chicken gehört mir dankeschön hinter mir hast du was ist mit dem los alter spielteck oder was den kaufe ich mir jetzt den dreckarsch bumm du musst nur schäse auf der kopf muss schäse auf fuck ich wollte nachladen und hab die waffe gewechselt kluger schachzug also ich denke ich kann ja den ersten platz machen auch wenn knock knock wirklich ein krasser boy ist er ist am husteln aber ich bin halt auch nicht gerade schlecht na so ok das war echt ein bot das hat uns nicht gezählt für nichts daran alles klar ich mache einen headshots gleich bin ich gebannt ey diese fickfrösche die merken halt dass ich die king im ah hier geht es gar nicht weiter bumm aber die andere map möchte ich auch noch sehen auch ihr könnt gerne schon mal schreiben was ihr jetzt von dieser map gehalten habt bis jetzt wie findet ihr diese bio map und ihr könnt gerne auch schreiben ob es euch hier gefällt ja mit daumen zeigen mit im kommentar zeigen wie auch immer heute um 22 uhr ist wieder live stream ihr wisst ihr es ist freitag ja ein vent ein vent ein vent ja wo 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 bin ich oh nein fast hätte mich als der knuten gekillt ich will nicht voreingenommen sein Leute da vorne ist ein sauflige gegner hopp jetzt geht weg Nummer eins Nummer zwei Nummer drei Halt stopp der will mein schneemobil klauen alleine wenn ich im schneemobil ist die map auf jeden fall äh vorne für mich alter elton john ist echt vor mir das ist nichts von mir an stotter oh no bruh sorry dude ich hab den gleichen elton oh here you go boys tickle me boys wie sie alle mit diesen bescheuerten sg dingern rumspielen wäscher wie es ist was sag ich jetzt zu den maps ähm aaaaah an sich hätte ich eine beide im offiziellen map pool aber die büroleute nicht alle wie er abgeht haben wir doch vielleicht ein problem monsieur ich soll mal das kl- kläre hier oder was also super der